Wieder brennt der Wald, nicht weit von hier. Erst im Juli sind hier 150 Hektar Wald verbrannt. Menschen mussten ihre Dörfer verlassen. Sie mussten Straßensperren und Stromleitungen abschalten. Herzlich willkommen bei Asra Blockt. Ich bin Asra. Heute geht es um Feuer. Hier ist es ab 14 Uhr nachmittags verboten, in den Wald zu gehen. Wird streng verfolgt und man muss Strafe bezahlen. Deshalb gehe ich früh morgens los. Dann ist es noch kühl. Wir hatten die letzten Tage an die 40 Grad mittags. Das Feuer ist jetzt wieder unter Kontrolle. Feuerwehren aus den umliegenden Dörfern sind gekommen und haben beim Löschen geholfen. Auch aus Spanien, Italien und Deutschland kamen Helfer. Hier im größten zusammenhängenden Waldgebiet Europas gibt es schon immer eine lückenlose Feuerüberwachung. Die Menschen hier leben vom Wald, seit Napoleon die Sümpfe trockenlegen und Wald anlegen ließ. Die Pinien werden übrigens gesät, nicht gepflanzt. Man lebt hier vom Holz, früher auch vom Harz für Terpentin und Farben und von dem, was auf dem kargen Sandboden wächst. Feuer ist die größte Sorge. Durch die Hitze und die extreme wochenlange Trockenheit der letzten Jahre ist es extrem gefährlich geworden. Dieses Jahr ist es besonders schlimm. Es hat seit Monaten nicht richtig geregnet. Solche langen Trockenzeiten gab es früher nicht. Auch nicht so lange solche extreme Hitze. Früher, wenn es sehr heiß war, hatten wir schon mal ein paar Tage 32, 34 Grad. Aber nicht wochenlang 38 bis 40. Ich mache Urlaub in dem Haus, in dem meine Eltern fast 30 Jahre lang gelebt haben. Bei der Schlüsselübergabe muss ich versprechen, dass wir den Kamin nicht anmachen, draußen kein Feuer machen, nicht grillen, nicht rauchen und keine Kerzen anmachen. Ich sitze in der Bibliothek und warte die schlimmste Mittagshitze ab. Wenn man tagsüber alle Fenster und Türen und die Fensterläden zur Sonnenseite zumacht, bleibt es überall schön kühl. Das Haus ist perfekt ans Klima angepasst. Vorne im Auvent sitzt man abmittags im Schatten. Stein und Ziegel halten die Hitze ab. Auch der Fußboden ist aus Ziegeln, wegen der Termiten. Es ist ein traditionell gebautes Bauernhaus, eine Maison Landaise, eine Meterie, ein Pächterhaus. Hier war die Küche, über dem Feuer wurde gekocht. Im Winter war das der einzige geheizte Raum im Haus. Da wo jetzt der Sessel steht, war der Ausguss nach draußen. Das Wasser holte man aus dem Brunnen. Hier war der Stall, für ein paar Kühe, für Milch und als Zugtiere. Die ganze obere Etage war Heuboden, bis auf eine Schlafkammer über der Küche. Die letzte Pächterfamilie hat hier mit vier Kindern gewohnt und sich selbst versorgt. Sie hatten einen großen Gemüsegarten, zwei, drei Schweine, Geflügel, Mais und Weizen. Der Schweinestall Hier wurde das Brot gebacken. Regelmäßig kam der Besitzer vorbei. Dann wurde ihm mit einem tiefen Diener die Pacht überreicht. Zur Pacht gehörte auch ein Teil der erzeugten Produkte. Gemüse, Eier, ein Perlhuhn, Honig, Harz von den Kiefern, eine Schubkarre Mist. Mein Vater hat das erlebt, da war er 14. Damals hat er sich in das Haus verliebt. Er war zur Verbesserung seines Französisch zum Austausch in einer französischen Familie. Der Vater seines Austauschfreundes war der Besitzer dieser Metierie. Die Pächterfamilie war seit zwei Jahren ausgezogen, als sich der Jugendtraum meines Vaters erfüllte. Als Rentner haben meine Eltern das Bauernhaus von Grund auf renoviert, ausgebaut und sind hergezogen. Sie hätten das Haus gern gekauft, aber das Grundstück ist Teil einer großen Waldbarzelle, die nicht geteilt werden sollte. Also haben sie es gemietet, für 10 Fr. im Jahr. Die Übergabe der Miete wurde immer mit einem mehrgängigen, mindestens fünfstündigen Festessen im Haus der französischen Freunde gefeiert. Mit der Tochter bin ich bis heute befreundet. Sie hat mich eingeladen, hier Urlaub zu machen, wann immer ich will. Das Haus steckt voller Erinnerungen. Als meine Kinder noch klein waren, haben wir die meisten Sommer hier verbracht. Es war das Paradies. Keine Straße in der Nähe, kein tiefes Wasser, kein Stacheldraht, keine lärmempfindlichen Nachbarn, höchstens mal eine Kreuzotter. Der Wald war ihr Spielplatz. Wir haben sie nur zu den Mahlzeiten gesehen. Jetzt bin ich aber weit vom Thema abgekommen. Was ist denn nun mit dem Feuer und den Schafen? Ein Teil des Mietvertrages meiner Eltern bezog sich auf die große Wiese hinterm Haus. Diese Fläche musste immer frei bleiben und kurz gehalten werden, damit ein Feuer in dem leicht entflammbaren Kiefernwald nicht so leicht auf das Haus übergreifen konnte. Meine Eltern waren alt und konnten so eine große Wiese nicht mehr mähen. Also hielten sie ein paar Schafe. Die hielten die Wiese kurz. Schafe als Feuerschutz. Um das Haus stehen noch die alten Eichen. Eichen brennen nicht so leicht und sie sind gute Blitzableiter. Zum Wald hin hat man neue nachgepflanzt. Auch um diese neu gesäte Kiefernfläche stehen ringsherum Eichen. Überall in der Umgebung stehen die traditionellen Häuser frei, oft unter Eichen. Die Menschen hier leben von der Natur und mit der Natur. Auch wenn mancher sagen wird, dass das hier kein Wald ist, sondern eine Kiefernplantage, die mit Natur wenig zu tun hat, weiß man hier doch noch, was der Wald braucht. Und man kennt sich aus mit Feuer. Seitdem wir Menschen das Feuer gezähmt haben, haben wir mit dem Feuer gearbeitet. Bis heute, Firestick Farming, in Australien eine uralte Methode, gezielt kleine Buschfeuer einzusetzen, um das Land urbar und fruchtbar zu machen und Feuerkatastrophen vorzubeugen. Die schlimmsten und zerstörerischsten Feuer brachen aus, nachdem die Regierung den Aborigines das gezielte Abflämmen des trockenen Unterwuchses verboten hatte. Bleibt die bange Frage, ob das alte Wissen noch ausreichen wird, wenn es noch heißer und noch trockener wird auf der Erde und noch extremere Stürme dazukommen? Ausprobieren möchte ich das lieber nicht. Es bleibt uns nichts anderes übrig, als die Klimakatastrophe zu stoppen. Dafür müssen wir nicht darauf warten, dass unsere Regierung endlich ihre eigenen Klimaschutzgesetze einhält. Soll ich es nochmal sagen, auch wenn es nervt? Ja, ich sag's nochmal. Weniger Fleisch, Zug statt Auto, Pullover statt... Ach was, ich zähle das nicht nochmal alles auf. Ihr wisst das doch alles. Die Pinien mit ihren tiefen Pfahlwurzeln scheinen die Klimakatastrophe bisher gut zu verkraften. Jedenfalls die älteren. Dieser Wald ist noch nicht alt. Nach einem Sturm lagen hier die Bäume kreuz und quer wie die Streichhölzer. Es war das einzige Mal, dass ich im Winter hier war. Wir hatten am Anfang kein Wasser, kein Telefon und keinen Strom, also auch keine Heizung. Zum Glück gab es viel Holz und den großen Kamin. Also haben wir im Kaminzimmer zusammengesessen. Die Tiefkühltruhe fing an abzutauen. Wir haben Freunde eingeladen und die Braten aufgegessen. Ein intimeres und schöneres Winterfest habe ich noch nicht erlebt. Aber das ist Romantik und es war ein einmaliges Ereignis. Heute wissen wir mehr. Es war erst der Anfang. Wenn Holz brennt, verbinden sich die Kohlenwasserstoffe mit Sauerstoff zu Kohlendioxid und Wasser. Die feste Form löst sich auf. Dem Feuer ist es egal, ob das einen Baum frisst oder den geschnitzten Balken eines 300 Jahre alten Fachwerkhauses. Wir sind traurig, wenn Leben zerstört wird, wenn Schönes und Interessantes verloren geht und die Arbeit, die darin steckt, vernichtet wird. Da sind wir konservativ. Und warum sitzen wir dann so gerne am Lagerfeuer und starren stundenlang in die Flammen? Es ist nicht nur die Wärme, die uns anzieht. Feuer ist einfach unglaublich faszinierend. Wandel ist faszinierend. Wir leben in einer Zeit des Wandels. Riesige Umwälzungen finden gerade statt in der gesamten Menschheit und auf der Erde. Die Energie steigt. Omas, die die Wechseljahre hinter sich haben, passen auf, dass Hitze und Feuer nicht alles zerstören. Sie nutzen sie und kochen ein leckeres Süppchen darauf.